Traurige Nachrichten von Boris Becker. Nur wenige Wochen nach seiner Hochzeit muss der Tennisstar den Tod seiner Mutter Elvira verkraften. Boris Becker. Mama Elvira ist gestorben. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag für Tennislegende Boris Becker. 56. Wie die Bild berichtet, ist seine geliebte Mutter Elvira im Alter von 89 Jahren nur einen Tag vor dem Geburtstag ihres Sohnes verstorben. Auf Nachfrage der Zeitung bestätigte Boris Beckers Anwalt Oliver Moser die traurige Nachricht, ich kann den Tod von Elvira Becker bestätigen. Boris Becker ist in tiefer Trauer, heißt es. Demnach starb die Rentnerin in ihrem Wohnort Leimen, Baden-Württemberg. Wegen der Gesundheit. Boris' Mama Elvira konnte nicht zur Hochzeit kommen. Boris Becker und seine Mama Elvira sollen eine enge Beziehung zueinander gehabt haben. Noch am Muttertag teilte der ehemalige Sportler einige Schnappschüsse mit seiner Mutter im Netz und fügte eine niedliche Liebeserklärung hinzu. Die einzig wahre. Elvira, alles Gute zum Muttertag, schrieb er damals. Doch an Boris' Hochzeit mit seiner Ehefrau Lilian im italienischen Portofino im September 2024, konnte Elvira Becker schon nicht mehr teilnehmen, die Gesundheit machte nicht mit. Sie erklärte Bild damals, ich komme gesundheitlich nicht mehr zurecht, meine Beine machen es nicht mehr mit. Das ist ja eine lange Reise. Nun muss Boris Becker den Tod seiner geliebten Mama verkraften. Sein Vater Karl-Heinz starb bereits im Jahr 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung.